Eine Vogelspinne. Für viele Menschen Auslöser einer heftigen Angstreaktion. Denn Spinnen, genauso wie Schlangen, scheinen in der Entwicklungsgeschichte des Menschen so bedrohlich gewesen zu sein, dass uns auch heute nur wenige schlechte Erfahrungen genügen, um eine ausgewachsene Angst zu entwickeln. Das macht die Spinne zum perfekten Beispiel, um den Ablauf einer Angstreaktion in Kopf und Körper darzustellen. Erste Umschaltstation für sämtliche Umweltreize ist der Thalamus. Die Einschätzung einer möglichen Bedrohung geschieht dann auf gleich zwei Wegen. Die Low Road, manchmal als Panikschleife bezeichnet, ist entwicklungsgeschichtlich alt und bewährt. Hier laufen die Signale unmittelbar zur Amygdala, wo sie blitzschnell, aber ungenau bewertet werden. Je nach Bedrohungslage werden dann Aktion oder Reaktion, also Kampf oder Flucht ausgelöst. Über Hypothalamus, Hypophyse und Hirnstamm wird nun das autonome Nervensystem aktiv. Der Herzschlag beschleunigt. Der Blutdruck steigt. Die Atmung wird tief und schnell, die Pupillen weiten sich. Was nicht gebraucht wird, wird heruntergefahren. Das betrifft vor allem die Verdauung in Magen und Darm. Der Körper wird damit optimal auf Flucht oder Kampf vorbereitet. Langsamer, aber genauer ist die High Road, der Weg über den Kortex, der manchmal als Korrekturschleife betrachtet wird. Auf diesem Weg werden die eingehenden Signale von der Seerinde durchleuchtet, die dann der Amygdala genauer sagen kann, ob es sich bei dieser Spinne wirklich um eine bedrohliche Art handelt oder nur um eine Gummispinne.